Du hast eine lange oder längere Pilatespause hinter dir, dann ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Wir haben für dich einen neuen Anfang gedreht und jede einzelne Einheit, da fokussieren wir uns auf ein Prinzip. Wir beginnen mit der Atmung und der Körperwahrnehmung. Dann konzentrieren wir uns auf die Zentrierung. Dann geht es weiter mit Gelenkartikulation, dann kommt der Two-Way-Stretch. Die Kontrolle nicht zu vergessen und dann Präzision und Koordination. Und ganz zum Schluss haben wir einen schönen Flow für dich gemacht. Jede der sieben Einheiten ist ungefähr 20 Minuten lang und die Intensität steigert sich im Laufe der Zeit. Bleib tapfer, überwinde deinen Schweinehund und wir freuen uns, dass du den Weg wieder zum Pilates geschafft hast.